Rychnovnat-Knesnau ist eine Stadt im Kralove-Adeckikatsch in Tschechien. Sie ist Sitz des gleichnamigen Okres Rychnovnat-Knesnau und Mitglied der Euregion Glacenses. Die Stadt liegt etwa 30 Kilometer östlich von Radeck-Kralove. Geografie Rychnovnat-Knesnau liegt im Adlergebirgsvorland am Fluss Knesna. Nachbarorte sind Skurovnat-Bellau im Norden, Lieberg im Nordosten, Rokitnes-Vorolikitsch, Horach im Osten, Zamberg im Südosten, Wemberg und Tudlebi im Süden, Kostelek-Nadolitschi und Kastolowice im Südwesten, Trebesow im Westen und Solnaysowice-Nikowice im Nordwesten. Geschichte Die erstmalige urkundliche Erwähnung von Reichenau erfolgte im Jahr 1258, als der königliche Kämmerer Hermann von Dürnholz in einem Dokument des späteren böhmischen Königs Prämis Lothar K. II. Als Hermannus Dirichener W. erwähnt wurde, für das Jahr 1378 ist die Zunft der Tuchmacher belegt. Nachdem Jan und Hünig von Reichenau in den Hossitenkriegen auf Seiten der Taboriten kämpften, betrachtete der Kaiser Kaiser Siegesmund deren Besitzungen als erledigtes Lehn und übertrug die Herrschaft Reichenau seinem Anhänger und Glatzer, Landeshauptmann Puta D. J. von Kastolowice. Nach dessen Tod 1434 gelang es den Nachkommen des 1433 verstorbenen Jan von Reichenau, den Besitz wieder zu erlangen, so dass sie die Herrschaft Reichenau bis 1497 behielten. Bereits 1488 bestätigte König Wladyslaw II. der Stadt die Siegel- und Wappenrechte. 1497 erwarb Wilhelm II. von Pernstein die Herrschaft Reichenau, bei dessen Erben sie bis 1556 verblieb. In diesem Jahr erwarb sie der Glatzer Pfarrant Herr Ernst von Bayern, von dem sie nach dessen Tod 1560 an seine Neffe Albrecht von Bayern gelangte. 1561 erhob Kaiser Ferdinand I. Reichenau zur Königsstadt. Von 1577 bis 1622 gehörte Reichenau den TRCKA von Lipa und der Prager Patrizierfamilie Betengel von Neuenburg. Wegen deren Beteiligung am böhmischen Ständeaufstand wurde Reichenau 1622 vom Kaiser konfisziert und rekatholisiert und 1640 an die Leipstehenski von Kolorrit veräußert. 1676 bis 1690 errichtete Karl Leipstehenski von Kolorrit das Barockschloss, in dem eine Galerie mit europäischer Malerei und Familienportraits sowie eine Bibliothek mit einer Handschriftensammlung eingerichtet wurde. 1714 gründeten die Piaristen ein Gymnasium mit Kolleg in Reichenau. Von wirtschaftlicher Bedeutung waren ab der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Leinwand- und Textilweberei. Ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts entwickelte sich Reichenau zu einem Zentrum der böhmischen Brüder. Als einer ihrer ersten Anhänger ist Johann D. J. von Reichenau bekannt. 1467 wurde in Lotka bei Reichenau eine Synode der Brüderunität abgehalten, auf der unter anderem beschlossen wurde, eigene Priester zu ordinieren. 1592 bis 1602 errichtete der damalige Grundherr Christoph Betengel von Neuenburg für die Brüdergemeinde die spätgotische Dreifaltigkeitskirche. Bereits vor 1567 bestand in Reichenau eine jüdische Gemeinde. Der jüdische Friedhof, dessen älteste erhaltene Grabmähler aus dem Ende des 17. Jahrhunderts stammen, ist seit 1588 nachgewiesen. An der Stelle einer 1779 abgebrannten Synagoge wurde 1782 eine neue errichtet, die von der jüdischen Gemeinde bis 1939 genutzt wurde. Während der Zeit der Okkupation und nach dem Zweiten Weltkrieg während Herrschaft des Kommunismus wurde sie zweckentfremdet genutzt. Nach der Samtenenrevolution wurde sie Anfang der 1990er Jahre renoviert und dient seither als jüdisches Museum. Sehenswürdigkeiten Rathaus auf dem Altenmarktplatz Schloss Rüchenhofnert-Knäsnau mit Bildergalerie Die Pfarrkirche Sankt Gallus ist das einzige erhaltene mittelalterliche Bauwerk von Reichenau. Sie stammt aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, wurde 1521 spätgotisch umgebaut und im 17. Jahrhundert barockisiert. Die spätgotische Dreifaltigkeitskirche wurde 1592 bis 1602 für die Brüdergemeinde errichtet und später umgebaut und mit einer barocken Fassade. Versehen Synagoge von 1781, 82. mit jüdischem Museum Jüdischer Friedhof von 1588 Partnerstädte Klotzko, Uthwater Stadtteile Zur Stadt Rüchenhofnert-Knäsnau gehören die Ortschaften DLUHVS, Habrova, Jami, Lipovka, Litoradi, Lokot, Panska, Habrova und Rufen. Persönlichkeiten Josef Karl Hommer Autor historischer Schriften und Direktor des Landesarchivs Burgenland Remigius Machura Tschechischer Kugelstoßer Stanislav Nowat-Geiger Franz-Martin Pelzel Böhmischer Historiker, Slavist und Autor Josef Bernhard Pelzel, Edler von Pelzeln, Sekretär, Beamter und Ekpanditor, Bruder des Franz-Martin Pelzel Karel Polatsche, Tschechischer Schriftsteller und Journalist Milos Reznik, Tschechischer Historiker Milos Reznik, Tschechischer Kuniler Popatische Musik Dciller Vielen Dank.